Musik 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 Nee, der ist doch fern Musik Ich guck Dann werde ich Musik Hallo Musik 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 oh, die Mielus mir ist vor der Ocio wir haben noch ein paar uff bis später, man, vielleicht ja, tschüss, tschüss ja, dann, äh willst du mit mir alleine mal kurz reden? äh nein uhu, Sträfling hat der was angestellt? nee, aber die Hosen Sträflingshosen ne, da kann man mitblecken ja, ok doch, ich kann ihn, ich kann ihn nicht in den, in den Saloon mitnehmen da war dieser große Boxkarte beißen der ist am Samstag Samstag? mhm aber ich geh mich jetzt mal rumziehen die will ich dir dann mal ein neues Pferd zeigen ja, das wo ich, wo ich gestern noch gekriegt hab ich bin gleich Mann ja, ich glaube, den muss ich aber weiter nach dem Vokstrotter suchen also lass das lieber ja, sie hat doch einen Vokstrotter jetzt, oder? ja, aber nicht den, den du hast so, so blindi ja wo sind wir noch den anderen Vokstrotterblitte? es gibt ja vier verschiedene es gibt ja vier Stück der Heide hat mich ja schon Blutschweiß und Tränen gekostet mhm ok oje was der war zu finden, der Weißnasel-Dings mhm der Weißnasel-Dings keine Ahnung du musst immer, weiß ich nicht oje 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 aber ich weiß nicht, was ich alles noch nehmen soll für Waffen ich glaube, die auf der Schulter ist zu viel, ne ja die sind ein bisschen doof für die Sohn für so ein Outfit ist so dumm, ja ok aber du kannst sie ja dann unten wegstecken ja ja gut, ist besser, ne wenn ich das noch mache weil du, äh noch ein Problemchen auf dem Weg kriegst ja warte mal ups, tschuldigung ähm ich muss glaube ich mal eine kleine Band Moment irgendwie geht's mir jetzt du siehst aus wie unsere alte Nachbarin Frau Dimitrescu Dimitrescu, na braaavo das kann man auch tun das kann man auch tun das kann man auch tun ah ne so ich ruf, wo man fährt dann kann ich gleich die Kühe verkaufen so ich ruf, wo man fährt dann kann ich gleich die Kühe verkaufen wohin geht's ihr denn jetzt sie holt ein Pferd wegen den Kühe wegbringen ok hm hm fahrt ihr mit der Kutze? ja wahrscheinlich schon also ich glaube ihr ist da angemessen, oder? hm hat das Blümchen da eigentlich? ja irgendwie, ne ja nicht direkt Blümchen ja möchte ich ich bin aber schon kreativ ich kann es auch nicht und Blümchen, ne? so in der Art, ja aber sieht gut aus ja hast du es selber zusammengestellt oder hat er Hilfe? nö selben selber ich bin mal ich fand schon äh das Erstehlen dieser runden Dinger da war schon für mich eine Herausforderung ich habe äh glaube ich drei Programme dafür gebraucht um das überhaupt in äh Kreise hinzubekommen also pfff total bescheuert kannst du gerne machen, wenn du Bock drauf hast na gut dann äh kannst du gerne machen wünsche ich denen einen schönen Abend zusammen mhm ja dir auch ebenso soll ich dir noch das Feuer stellen bevor ich gehe oder warte mal, ich muss mal eh noch das Fleisch rein gehen ha ja ja ich habe, ich habe es über Pan, glaube ich, gemacht Entschuldigung, ich habe gerade geträumt ähm ne gar nicht, nicht über Pan worüber war das denn doch doch ich glaube, ne über Gimp, glaube ich über Gimp habe ich es äh in den Kreis gemacht da konnte ich den im Kreis äh aufneiden und in Pellen 3D oder oder unter Pellen.net oder so konnte ich das dann einfügen in Transparent und das dann speichern mit denen also ähm ja erstmal für euch jetzt für euer Date nein, nein, passt schon hehehe total beschwert also von den Herren da drüben wir verabschieden und dann gehen wir wer ist denn es denn? ähm, Diego und äh Black auf Feuer steht, ne? ja ok ich hätte auch eins einstecken ja, das ist noch eine andere Sache das hat aber damit zu tun ich habe das das aus Bildern ausgeschnitten die ich als Skinshot gemacht habe ich habe aber die Skinshot nicht mehr rausgesucht sondern die Bilder schon bearbeitet waren heißt jetzt sind die Bilder alle unterschiedlich groß weil wegen äh ich das aus den schon editierten Bildern rausgeschnitten habe und die waren halt unterschiedlich groß jetzt weil ich die schon herangezumt hatte und so weiter du verstehst das Problem ich hatte ich war aber zu faul die Originale wieder rauszusuchen das wäre ich halt hätte ich das ja alles wieder gleich groß gemacht aber ähm wenn die Bilder schon editiert waren waren natürlich auch schon herangezumt halb gefört aber ich habe auch keine Idee wie ich das sonst hätte machen können also halb gekloppt und manche sind natürlich viel zu groß manche sind rund manche sind eckig meine halb gefört das ist total bekloppt hehehe flogelogen sowas kannst du keinen machen weil der kann so sagen was ich nicht machen soll ich meine ich habe jetzt tausend Millionen Fotos aber ist halt kompliziert was mache ich nur essen mit Hunger ist total total bekloppt OBS OBS Studio also nicht Streamless OBS sondern äh der normale OBS Studio die Originalversion sozusagen zwar mit dem Stream-Element zusammen aber trotzdem die Originalversion OBS Studio mit ihm ja ist es unterschiedlich es äh die die reden so unterschiedlich viel ja ich versuche mal so Mitteldinge immer zu finden von dem äh von dem App hier mit Lias also das kompliziert die einen gehen so viel dass man da nichts äh nichts äh schafft die anderen gehen so wenig äh ähm es passiert schon viel klar ich wäre mir nur grad hier hin weil ich grad nochmal Schenschel gucken möchte ich bin dann nörrig ob es jemand neues gab ja man kannte man kannte Tommi und äh Ding wichtig früher öfter ja äh hättest man auch früher also früher waren wir äh eh in jedem irgendwie bekannt als Tommi noch da war also weil seinen Wellentanzer ein bisschen unsicher gemacht haben und so da kannten uns jeder momentan ist der Tommi nicht mehr da ist halt schwierig geworden jetzt da eh wie bekannt zu werden aber ich sag mal so da wo ich eigentlich immer eine Weile hingehe so lasche und so ne ein Rupel wird ja eben nicht also ich sag mal so ich bleibe es einfach hier mal stehen dann werden wir da nicht äh äh können die dann noch äh reden da eher Erwachsenenzeug äh dass sie es eh nicht gefühlt zu haben ähm ähm sag ich mal so wenn er zu Lasch oder so in die Bar geht da kennen ihn alle komplett also das ist halt immer die Sache ich glaub die ganzen neuen Spieler werden ihn nicht mehr kennen weil wir halt nicht mehr Wellenthal sehen wir sind jetzt hier oben auf der Gensch die meiste Zeit da lernen wir die Leute halt einfach nicht mehr kennen das ist halt schade aber äh gut muss ich ja mit der Zeit mal zeigen aber dadurch dass man halt die ganze Weile und so was hat hat sich ja so alles so auseinander gelebt dass es halt so so schwierig ist aber Rupel hat rupel ne das Ding verlierst möchte ich auch nicht wirklich ich meine ich war ja schon alleine obwohl ich immer unschuld bin also wirklich ich bin komplett unschuldig natürlich äh schon zweimal im Marshall Büro gewesen also in der Zeit wo Tommy noch aktiv war ich war zweimal oh yes oh in der Zeit wo wo wir wo wir mit Tommy oh Gott da 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 standen wir schon zweimal im Marshall Büro also das war ja vor ähm ne also wir stellen schon Sachen an ja früher mehr als jetzt weil was soll ich hier russ anstellen bekommt keiner mit bringt mir nichts aber früher in Wellendern hab ich schon öfter mal äh auch Stress mit den Indianern und so gehabt da haben wir halt auch die äh so und da hab ich ein Schaf freigelassen das haben wir nie wieder einfangen können und äh naja am Ende lags dann halt tot ne ähm da kam die Indianern an und haben sich mal gefragt ähm was äh was das denn soll und so und da kam auch der Marvel an und äh pfff na so ich solche Sachen hab ich früher natürlich oft gemacht aber also ich kann ja nichts nie machen gestern war ich unterwegs angeln dann kam dann ja auch einer vorbei das war echt schön der hatte ich dann auch da haben wir dann gemeinsam geangelt und so angeln dauert halt hier ewig und drei Tage eigentlich wollte der irgendwie jagen gehen aber irgendwie stand mir dann eine halbe Stunde oder so ich weiß gar nicht wie lang der äh äh clip geworden ist äh dann da oben und äh rumgeangelt bis man bei ihm überhaupt nen Fisch angebissen hat da hatte ich in der Zeit schon 3 Fische drin also irgendwie ja 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 mit Tommi ist halt schwierig geworden mit dem EP von Tommi weil er wollte halt was anderes als er hätte spielen können das war das Problem mit Tommi glaube ich so ein bisschen dass er jetzt auch gar nicht mehr aktiv ist keine Ahnung aber er wollte halt er wollte halt eine Rolle spielen die aber nicht gepasst hätte für ihn darum ist er ja innerhalb von ein paar Wochen älter geworden auf 14 hat ja Gründe gehabt warum er auf einmal von äh von 11 oder so auf 14 gewechselt hat weil es war es war einfach nicht da ein EP was ja vollkommen in Ordnung ist aber deswegen ist Tommi dann damals ja älter geworden und jetzt ist halt nicht mehr aktiv ich weiß nicht warum keine Ahnung ich weiß er war halt äh privat äh eingebunden und so das weiß ich aber warum er jetzt danach nicht mehr da gewesen ist keine Ahnung kein blassen Schimmer das hat er leider nicht mehr erzählt der Spieler müsst ihr mal nachfragen den nächsten aber ich glaube nicht dass er nochmal aktiv hier reinkommen wird ich weiß es aber auch nicht ich weiß es aber auch nicht hallo hoh hallo hä hehehehehehehehe das auch gehört das ist klar, nicht hier hä? hä? aber lustig dass es auch gehört hat das Teamถueck gesporen äh gesporen hat lustig bestätigt der Umstände dann gehe ich mal was magst du die uns was magst du mir jetzt wie was mag ich da hast du jetzt vor ich weiß nicht ich habe nichts geplant ich werde die büsche bis sich schon mal gucken wie viel ich habe sich da was er wenn du möchtest kannst du mitkommen wenn du aber was anderes machen möchtest kannst du auch gern was anderes machen ist es egal wer da kommt mit ok ich mag dies bett die rp total ich mag es einfach komplett wie du möchtest Also fahren tue ich nicht gern. Und wir können meine nehmen, wenn du fährst. Wenn du möchtest. Ich fahr nur nicht schnell. Das ist okay. Ich weiß nicht wo ich sehen möchte, aber das ist so in der Wellentime wieder. Oh, das dauert sich wieder ne viele Stunden ab. Oh ne. Oh guck, auch noch diese Kutsche. Ich bin hier noch nie gefahren, glaube ich. Steig auf. So. Ich glaube die bin ich noch nie gefahren. Mal gucken ob ich ankomme. Okay. Uff. Ich bin fertig. Zweiter Gang. Aber ist okay. Ne, das ist okay. Ungefähr so schnell wie die große. Das schneller fahren wir nicht. Es macht halt für ihn als Charakter keinen Sinn, dass ich mit ihm so durchrase wie bei Reihen und Co. So. Darum sag ich jetzt. Ungefähr ne viele Stunden brauchen wir jetzt noch währenddaten. Es ist doch wunderschön, oder? Entschleutigungs-Dream. Auf Hardcore-Modus. Was hast du heute alles gemacht? Nicht viel. Ich bin erst kurz vor 20 Uhr da gewesen. Ach so. Ja, ich hab ziemlich lang geschlafen. Heute. Okay. Bist du heute allein unterwegs? Bitte? Wo ist denn ihr Freund? Bist du heute allein unterwegs? Ja. Wo ist dein Freund? Mein Mann, der ist wieder weg. Oder Mann? Manchmal ist er weg. Ich hab keine Ahnung. Ach so. Ach so, Mann. Und was hast du heute schon alles gemacht? Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Gar nichts. Nee, ich glaub wir waren vorhin in Valentine. Da haben wir Sachen verkauft und ich glaub das war's. Oh nee, wir waren vor noch Jahren. Mit feinem Bogen. Ja, ja, ja. Komplett wieder vergessen. Warum hab ich damit angefangen? Warum? Warum hab ich damit angefangen? Na dann. So. Da hab ich das hinkriegt mit der Pferderation. Erstmal gucken, wie lang man braucht, um weiß ich wie viel Harz zu kriegen. Was braucht man denn dafür? Wir brauchen dafür Würfezucker und allein für Würfezucker brauchen wir viermal Zuckerrohr und ein Harz. Okay. Aber Zucker kann man doch anbauen und nicht. Ja, klar. Mhm. Es geht halt nur um Harz, weißt du. Obst du's durch den, wenn man das ab, äh, die Gräser sichert, ähm, also mehr bekommt oder wenn du Bäume schlägst, mehr, schneller bekommst was. Okay. Das möchte ich nicht ausprobieren, aber, aber wie gesagt, ich wär, er für, ähm, da unten gibt's halt keine Wölfe, weißt du. Ja, bitte. Ja, ich bin heute schon von den Wölfen angegriffen worden. Ja, meinen ganzen Arm auf, äh, gebissen. Aber, äh, Doktor Bischof hat gemeint, ich hab mich gut verteidigt. Ich hab nie mehr meine, äh, Waffe gehabt, ich hab einfach nur, ähm, die geboxt und geschlagen, aber, ja, naja. Okay. Aber sie haben mich trotzdem gekriegt. Ja. Weil ich da so nervös war, um die Waffe zu ziehen und zu feuern und, ja. Ich hab, ihr verteidigt mich, aber ich fahr heute einmal den etwas schnelleren Weg. Da brauchen wir nicht immer eine viele Stunde, sondern nur noch 13 Minuten. Nehmen wir nicht, nehm, die PAR, Grundstück, das ist eigentlich ganz schön, das ist eigentlich nicht echt ganz schön. Alles aber, nehm, Entschuldigung und, nehm, ich denke. Ehm, wie heißt das? Nehmen wir nicht, Sie haben es in Ordnung. Ich hab ein, ich bin gerne ein, ich habe ein, ich bin gerade ein, ich bin ganz gut. Ich bin nicht so schnell auf, ich bin gerade ein, ich bin, es ist noch nicht so gut. Ich bin nicht so schnell auf, ich bin, muss aber nicht so gut. Ich bin so schnell auf, ich bin, ich bineri. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin auch ein bisschen omen voll. Ich bin auch ein bisschen. 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 hoi 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 Aber ich werde eigentlich auch funktioniert ... Ist die fertig oder macht das fertig? Aber nur selbstständig. Weiß es nicht. ... 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 nur zu 50% so, dann gehen wir wieder auf den Wagen vielleicht ein bisschen größer Millimeter wäre lästiger das wird hinten draufladen wer hinten dran denken würde, dass wir tun ja, ja oder sagen müsste ich auch voll sein, weil ich wollte schon sagen müsste eigentlich auch voll sein gut, machen wir nochmal oder sind wir voll? oder soll sie sagen, was weiß ich davon und einer immer wegwerfen soll davon ich hab keine Ahnung, was ich jetzt soll oder so oder wirft sie gerade alles weg, ich weiß es nicht ich würde ihm fragen gehen Hallo? Nein Er wollte nicht 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 Wo fahren wir hin? Ich weiß nicht, wo ist er denn überhaupt? Mal den klopfen, ne? Irgendwie rein sagen würde. Da unten. Gefund ihn. Ich hätte keine Sichel, weil ich hab da ein bisschen Holz gemacht. Bitte? Ich hätte keine Sichel mit, glaub ich. Aber ich hab Holz gemacht. Ich hab ca. 4, Harz oder so. Okay. Bist du schon voll? Ich bin voll jetzt. Oh, ich noch nicht. Okay. Ja, ich kann auch Sachen wegwerfen. Das braucht man dann gar nicht. Dann werbe ich die weg und dann... Was man gar nicht braucht, ist eigentlich Hartholz, Weichholz, Zellstoff. Und Fasern brauchen wir schon ein paar, aber ja. Ja, dann werbe ich das weich und Häusle und alles nochmal raus und dann... Fasern brauchen wir pro Pferderation zwei Stück. Was brauchen wir? Fasern brauchen wir pro Pferderation zwei Stück. Okay. Also Fasern, sag mal, ja. Wir können auch schnell verkaufen gehen und dann... weitermachen. Mir egal. Wie nervös, ich kann die auch rauswerfen und ich brauch das nicht. Ja, ich mein nur, da kriegst du halt ein bisschen Geld dafür. Braue ich nicht. Ja, dann werf es einfach weg. Okay. Und hart und weich konnte es eigentlich auch nicht. Okay, mach ich. Dann werfen wir das zurück weg. Ja, dann gehen wir da hinten drauf. Dann gehen wir da hinten drauf. Und wir haben das jetzt über Bord. Oh Gott, ich bin... Ich bin da gefordert. Ich denke, was wir haben dann. Dann kommen wir auch da vor. Dann nehmen wir lieber das mit Zeug mit, was wir eigentlich brauchen. Ähm... Vielleicht noch weg damit. Öhm... Öhm... Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Yes. Ich habe... Komm so? Hallo? Haben die eh was am Team mitgekommen? Gibt's ja auch nicht viel mehr, ne? Harz. Glaub ich. Nee, ich glaub fünf, sechs oder so. Ich hab auch nur sechs Stück. Das ist servierend. Da müssen wir viel sicheln und hacken oder sonst was. Also, macht das kein Unterfeld, oder wie? Nochmal. Macht das kein Unterfeld? Ich glaub nicht. Okay. Bloß halt, wenn du mit der Sichel machst, bekommst du halt kein Hartholz und Weichholz raus, weißt du? Dann bekommst du die Knospen noch raus, wo die Doktoren quasi Tee herstellen und so, weißt du? Mhm, okay. Sogar Kräuter. Also, falls oben nochmal einer in den Schrank ist, wenn wir dann hoch sind, also wenn du möchtest, kannst du nochmal mitkommen, ansonsten mach ich's alleine nochmal weiter. Nö, ich würd mitkommen. Ich glaub, die einen sind nicht da, und wieder. Ich glaub, die sind wieder unterwegs. Wobei er wieder nicht weiß, wo sie hinten unterwegs sind. Keine Ahnung, kein Bloßenschimmer. Wurde wieder nichts gesagt. Und auf einmal, wo blödlich heißt es dann wieder, sind auf ner Feier. Hä? Den ganzen Tag, den ganzen Tag da gewesen, nichts mitbekommen, wurde nichts über das gesagt. Und heute Abend geht's auf ner Feier. Hä? Hä? Da freig mich auch wieder, ähm. Na okay. Komplett. Ui, ganz wie ne Hasi. Boah, ist das nervig, dass man nicht mehr umgucken kann. Weil es dann nicht mehr betragen wird. Boah, ist ja nervig. Was ist das? Ich will das nicht. Well done. Okay, jetzt Olive. Bye, gehtsai. Bye, gehtsai! Bye, gehtsai! wir müssten auch mal ausprobieren wie viel zuckerwürfel man raus bekommt also wenn man einmal zuckerwürfel herstellt wie viel da rauskommen dann wenn man die kocht oder ja das habe ich jetzt nicht verstanden, wenn man wegen kocht will ich den zuckerwürfel bekommen da müssen wir gleich mal nachfragen, das habe ich jetzt nicht verstanden aber wie viel da rauskommt ist doch klar 8 ok oops Ups. Wenn du willst, kannst du verkaufen aus der Poetry. Okay. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Müssen wir mal gucken. Ich brauche ihn. Und ich brauche auch ein Geld. Ich glaube, da brauchen wir nichts verkaufen, weil das brauchen wir ja eigentlich alles. Okay. Aber ja. Okay. Okay. Dann laden wir oben aus und dann... Okay. 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 Ich habe gestern ein neues Pferd bekommen. Von wem? Von Angelika. Ist das die, die immer so schnell spricht? Ne, ne? Ja, ja, ja. Doch, das ist ja ein gutes Thema von mir. Jo, wenn ich sie wieder mal sehe. Gerne. Sprich die immer noch so schnell? Ja, du musst nur sagen, bitte ein bisschen langsamer, dann macht sie das auch. Ich verstehe sie ja. Warum da... Weil ich nicht warum andere Probleme habe. Nein. Ich habe da aber... Uh, uh, die Armhasen. Was hat denn das Pferd, warum das sich immer so dreht? Bleibt mir wieder falsch rum. Immer diese Ecke. Also ich verstehe sie immer. Ja. Komischerweise. Ich finde sie viel zu schnell. Aber er ist ja nicht böse. Nein. Ach schade, dass wir die nie wieder gesehen haben. Auch total schade. Ja. Haha. Ja, der Pferd war mir da auch immer lustig. Und teilweise wirklich sehr, sehr schnell geht es. Da versucht man dann mitzuhalten, irgendwie. Wenn nicht diese komischen Teen-Fig-Probleme gerade wären. Jetzt geht es ja gerade wieder, aber gerade wieder absolut nichts gehört. Und dreht in der Kopf immer so blöd beim Pferd. Ich weiß nicht. Dann schauen wir doch mal, ob irgendwer da ist. Und ist jemand hier? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube es wirst du auch nicht. Dann wollen wir doch einfach melken und die Eier reinholen, oder? Mhm. Hausarbeiten machen, ne? Ja genau, Hausarbeiten vorher, stimmt. Jo, mach mal. Ich mach aber erst mal kurz meine Tasche. Achso, ne warte, ich geb dir die Kuschel, dann kannst du die auch leer machen. Dann ruchte ich mich da hin. Ja. Passt das? Ja. Danke. So, 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 so. Ich glaube, es gibt den Kuschel. Oh, das wird nicht fertig. Oh, nein. Aber kommen auch mal. Uiiiiiih, wieder wieder, wieder wieder. Hallo, Kuh! Algo, bei dir. ... ... ... Bleib hier, Gu, nicht abhauen! Bitte da bleiben! Jetzt kommt die Gu wieder und dann schießt die wieder. Weil ich teilschlosset bin, ehrlich gesagt, aber okay. Das habe ich mach' recorder, weils immer noch die Back gibt, daß man die Sachen in der Hand behält. Nono, das war... Nach der Animation wird's nicht beendet, was ist das Problem? Ich hab immer noch die Sachen in der Hand. Hab' hier vergessen den Wellenstein, aber, äh, Dings mal frei machen. Einmal sauber machen. Ich hab vorher gebremst, ich wollte vorher bremsen. Und was ich auch mal sagen muss, rein so von der Farm her jetzt, ist natürlich klar, ich möchte eigentlich damit den Kuh nicht machen, aber andererseits kann ich natürlich auch die Digo jetzt verstehen. Ich mein, ich weiß nicht, welche Beziehung die jetzt haben, da stehen, jetzt Clementine und Digo und, äh, da sie natürlich auch ein eigenes Häuschen haben wollen. Ich kenn deren Beziehung nicht, welchen Stand die da sind, keine Ahnung. Absolut keinen Plan, kann ich absolut verstehen. Ich glaub, so von... Ich glaub, von der Seite kann man das, glaub ich, komplett verstehen, weil es macht halt Sinn für so einen... Ich sag mal, ich weiß nicht, ob es ein Paar sind, ich hab keine Ahnung. Macht natürlich absolut Sinn, dass wir sich da was eigenes suchen und auch mal Ruhe haben wollen. Von dem RP her macht es natürlich absolut Sinn, wenn man es halt für einen Fan, der immer gesagt hat, sie möchte gar keine Kuh machen und so weiter, äh, ist natürlich absolut okay. Und was mit Linda ist, ich hab keine Ahnung. Also, gesprochen, seit drei Tagen nicht mehr, glaub ich, gefühlt. Keinen blassen Schimmer. Und gerade hier auch wieder nicht, gerade war es ja auch nicht irgendwie auf die RP, was da kam. Also, kein blassen Schimmer. Darum hab ich halt teilweise auch noch... Also, damals... Also, es hieß eben in Adoption und so, hab ich halt damals schon zu Tommy gesagt gehabt. Ich würde lieber noch mal warten, weil ich jetzt immer gucken möchte, wie das dann wird und so. Auf der Farbe und wie man sich versteht und so. Ich glaub, der war noch zu... Ich glaube... Auf den jetzigen Stand heute war's, glaub ich, zu früh, das zu machen. Weil ich mein, es kommt halt absolut nichts mehr. Also, es ist halt einfach momentan ein Fakt. Also, von Linda kommt da gar nichts mehr. Also, null. Seit jetzt, gut, seit Freitag oder sagen wir mal Donnerstag. Ist halt einfach ein Fakt. Also, da kommt wirklich nichts mehr. Wieder auf Hallo. Tschüss. Kommt da halt auch nichts mehr. Irgendwie an Interesse oder irgendwas. Also, keine Ahnung. Sagen zwar beide oder alle sagen zwar, die möchten jetzt nicht dieses, äh... Oh, was ist denn da drin? Oh, keine Ahnung. Verpackt. Wird ehrlich selbstじゃない. Das ist der erste Ausfall. Das ist erreich. Oh, was ist dein Freund jemand. Oh, was ist das? Alles. Und das ist das, der ganze Haus. U figuring bin ich. Na, wimmunenst Stand dieserattform. collaat doch neuТ! Alles. Hm. Jetzt will ich dringend jetzt eingeklafen gerade, wo er kurz was macht, oder? Hm. Hm. Ah genau, deswegen hatte ich auch das Gespräch ja damals mit Betty, hab ich ja auch lang geschnitten gehabt. Bin zumindest in drei Teile geschnitten. Aber hat ja auch keinen Sinn momentan, also wirklich gar keinen Sinn, dass wir die jetzt irgendwie anders nennen als mit dem Namen. Macht einfach vom RP gar keinen Sinn, also null. Weil da kommt halt einfach nichts mehr. Und ohne dass man irgendwie RP hat, oder Vertrauen aufgebaut hat, oder sonst was. Macht nämlich keinen Sinn, dass wir die anders nennen. Also absolut nicht. Ach da vorne, ist der da? Jetzt hat er wie nen Baum. Oder wer ist das? Ah da ist Betty. Ich muss noch was rein tun, Andreas. Und dann müssen wir noch auf lehnen, der geht auch mit. Ach schön. Aber das ist halt auch der Unterschied zu Tommi und äh, zu mir. Weil Tommi wollte ja sofort irgendwie alles können, alles machen und äh, sofort die Abenteuer und drauf und das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt Aufbau-RP haben. Ich möchte halt alles, was Andreas kann, beweisen können, in Anführungsstrichen beweisen können, äh, dass er's gelernt hat. Und dass da irgendwas dahinter steht. Darum alles, was wir jetzt machen hier, wurde uns alles beigebracht. Komplett. Und es wurde beigebracht mit dem Holz da, dass wir da ein bisschen mit Abkratzen können, von der Rinde und so. Mit Harz und Honig und Co. Wurde uns alles beigebracht. Genau so mit der kühlen, mit den kühlen Wäden und so. Und Eiersammeln ist ja auch nicht so das schwerste. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich lerne auch noch Wasser dazu, wann Q2E erfunden wurde und wann die Wasserpistole erfunden wurde oder so. Fakten, die man nicht braucht, lernen wir noch dazu. Gibt es eigentlich mal ein Bild von der... Von den erfundenen... Ich glaube wirklich auch nicht. Das war's. und und ja Aber da gibt es leider keine weiteren Linken. Ne, leider nicht. Leider kein Bild von der ersten Wasserpumpe, äh, Wasserpumpe, sag ich schon, Wasserpistole. Leider nicht. Läge. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde es nur einmal pro Tag. So, ich sitze nur eben hier drauf, äh, okay, jemand noch was trinken kann, bevor wir gleich wieder losgehen. Äh, also ne, ich wollte ja oben eine Sichtel finden. Und das machen wir zuerst. Ich hatte bitte ja gesagt, es könnte eventuell nur sein, dass wir eine Note genommen haben, bevor wir es wieder komplett vergessen. Und dann müssen wir das Häuschen nicht mehr wegwerfen, macht schon Sinn, glaube ich. Wenn wir denn noch eine haben, also wir, ja, die haben wir noch, die haben wir ja letztens wieder reingepackt gehabt. Äh, Äpfel nehmen wir auch wieder mit, ein paar Äpfel wieder mit. Äh, brauchen wir trinken? Ne. Trinken können wir eben noch am Plus. Ich bin jetzt nicht wieder auf der Fall zu sehen. Ich bin jetzt teilweise so beschwört. Warum höre ich denn die Leute nur, die vor mir stehen? Was ist das für ein Käse? Wohin, ich muss nachher mal nachfragen, wenn es morgen immer da sein sollte, muss ich mal nachfragen, ob die irgendwas in Teamwork geändert haben, weil das ist absoluter Scheiß. Die Leute nur, weil wenn sie vor mir stehen. Das war ja vorher auch nicht so. Das ist absolut okay, ne? Jetzt, dass ich ertrinkend will ich auch immer was trinken. Das ist absolut. War das still? Äh, keine Ahnung Da habe ich mich wiederbeut� um dich durchgeführt. Vielen Dank. 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 Habe ich gerade Stimmen gehört oder habe ich Annunzinationen? Ich habe keine gehört bis jetzt, aber ich habe auch das Gefühl momentan schwierig. Komisch, ich habe gedacht, ich hätte jemanden gehört. Ja, TeamSpeak ist voll schon komplett kaputt. Komplett. Wenn ich hinter sie höre, ist das so leise, dann tue ich gar nichts mehr. Wenn ich vor ihr stehe, fallen mir die Ohren ab. Also immerhin haben die umgestellt, das war nicht gut. Aber wir haben beide noch die richtige Version. Also irgendwas stimmt ja heute nicht. Irgendwas stimmt doch heute nicht. Das war ich. Ich habe die Ohren ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Die letzten war, ähm, wirklich. Jetzt können wir hier auf die Kante gehen und kommen, da glaube ich nicht, ist nicht hoch genug für uns, glaube ich. Okay. Mmh. Ich glaube, das ist schwierig, oder kommen wir nicht hoch? Das ist ein Stück zu hoch, leider. Wir bräuchten hier noch eine Kiste. Ich glaube, wir bräuchten hier noch eine Kiste, mindestens. Die werden wir nicht draufstehen können. Ah, schade. Ein Versuchhafswert. So, da mache ich kurz Foto mal davon. Von dem Versuch. Ich versuche da hochzukommen. Ich möchte da hoch, aber vergeht nicht. Okay. Ich versuche da hochzukommen. Ich versuche da hochzukommen. Ich versuche da hochzukommen. Ich versuche da hochzukommen. Nee, 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 leider nicht. Okay, wir gehen jetzt mal schnell nach Strawberry, und dann gehen wir noch über Lendoin, hätte ich gesagt. Und dann gehen wir noch an. Und dann gehen wir noch an. Hast du deine Waffe draußen, Lias? Kann ich auch schon. Okay. Wenn du was siehst, sagst du Bescheide? Ja, du bist. Okay, das Team Spick macht mich fertig. Okay. 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 Heeeeee! Was ist das? Das hat... äh... gekackt. Ach so? Ich glaube da war irgendwo... Ja! Das hat ja schon mal ein bisschen... Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lief 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 diese Seel ne ne komm, mach n's wenn du richtig da mitten draufhörst dann können wir das drauflegen und dann können wir das drauflegen drauflegen und dann können wir das und dann können wir das drauflegen 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 und dann können wir das und dann können wir das drauflegen und dann können wir das drauflegen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, quite a... Okay? 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 So... Yeah? Mm-hmm... Okay? Vielen Dank. 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 Ich würde sagen, ich habe... ... 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 ich kann es nicht lesen was steht denn da ist das alkohol was hast ihm da gegeben du hast diese flaschen abgefüllt kann das sein und was sind das für flaschen tequila ja schon lass mal dann riechen das ist kein was das kann das kann nicht das ist kein whisky das ist immer noch das war das richtige was ich geben wollte welches trinken oder nicht nein du trinkst das nicht du bist ein junger erwachsener mann das ist deine entscheidung deine aufgabe das war aber nur ganz kleine betrunkene junge ist egal hallo ist noch jung das ist doch noch zu kieler er trägt noch weniger als du mulder was soll ich das jetzt seine mutter erklären ein bisschen gar nicht genau aber geben sie mit bisschen wasser und machen sie irgendwelche arzt sachen was man so markt sehen dann dann fragen sie ob er ihr praktikant also für mich sah das aus als hätte hans ihm das gegeben ja mein spaß ans aber als der junge arzt werden will fragen sie ihn doch sie ist es geht gleich vorbei guck mal du musst du diesen tee trinken ja ja sicher ja 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 nein nein ca jaja ja ja doch noch mal ein paar mal hin aber ich hätte auch meinen ersten whisky mit 5 dass die kleinen ich bin im schlamm die was ist nur los warum liegst du im match du siehst dreckig aus ja komm mal mit wir machen dich jetzt sauber komm mit ich bin schon sauber auch ein entspanntes warte damit warum du schaffst das er hat auch seine unterore schaden um gottes willen hans kontrollier mal bitte sie es ist einfach wie man denkt auch wenn das jetzt falsch er muss sich doch nur sauber machen so einfach nur die seife nehmen und die seife sparen und dann machst du sie sauber ich meine die könnte sich auch mal wieder sauber machen nein eigentlich der rande ist doch wieder plätze blank okay geht raus ich mach mich auch sauber ja 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 was ja 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 man ja 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 Uiuiui. Das ist mir besser. Ja schau, guck, du musst doch einfach nur mal auf den Abbau hören. Das sind dann die Momente, wenn du mal etwas älter bist. Ja. Dann nimmst du dir einfach mal sowas. Aber das hast du niemanden, okay? Okay. So. Was hast du denn überhaupt die ganze Zeit? Was hast du denn Getriebe? Ich bin doch oben bei der Farm immer. Jeder Krieg. Okay. Und gestern war ich angeln. Dann habe ich immer das Angeln beigebracht. Und wohin wollen wir noch jagen? Okay, angeln und jagen ist doch meistens... Mann, wirst du ja langsam. Hält nur noch die Vollbehaarung im Gesicht. Kannst du mir deine geben? Nein. Und jetzt war's denn, Giovanni kann dir was abgeben. No. Er bleibt. Die Farbe passt besser. Ne, den kriegst du leider nicht, Lias. Der muss bei dir selber wachsen. Oh, okay. Wann denn? Du bist am Fer... Könnte das sein, dass doch Partinger anders werden. Aber da darfst du dich nicht erschrecken. Okay. Was denn? Das sollten dir deine Eltern erklären. Ich werde nicht, wo Linda ist. Keine Ahnung. Das sollten trotzdem deine Eltern erklären. Wie vielleicht für den Alkohol zuständig, aber... Äh... Da wissen wir... Mulder. Ja? Äh... Ich habe eine Frage an dich. Ja? Beruflich, sieh. Beruflich, ja. Ich überlege schon ganze Zeit, ob ich eventuell meinen Pferdetrainer... Posten abgeben soll und irgendwas... Mache, wo ich noch mehr unter die Menschen komme, sieh. Irgendwas... Anderes beruflich. Ja, Doktor. Eine Doktore. Ja, ich kenn mich aber zu wenig aus mit sowas, sieh. Deswegen bekommst du noch ne Ausbildung. Sehe, aber da müsste ich mit dieser Hand zusammenarbeiten. Ja, und? Nimm doch den Bischof. Und mit dem Bischof. Äh... Das ist doch nicht mein Problem. Warum wirst du nicht, Doktor? Sieht so aus, ich bin doch schon Deputy. Oh, ich will mir irgendwann Sheriff von Rhodes werden. Nein, ein Grund, warum ich nicht mehr Pferdetrainer werden will, ist, weil... es erstens weniger Kundschaft gibt momentan und zweitens... äh, weil es mir zu langweilig wird, sieh. Kann man verfehlen. Ja, das ist gar nicht im Prinzip wie bei mir im Saloon. Sieh. Und ich glaube, Doktor, der wäre mir auch nicht so spannend für mich. Ist auch nicht spannend. Hallo, du kannst Leute, äh, behandeln und behandeln und behandeln und behandeln. Und wir behandeln. Und wir behandeln. Und Sachen im Mund stecken und äh... Äh... Mit Alkohol übergießen und äh... Gestreue aushalten, sieh. Ja, schau, guck, du bist an der Quelle mit Alkohol. Will ich nie. Hm. Deswegen, hast du noch einen anderen guten Vorschlag oder nur schlechte Vorschläge? Ja, was würdest du denn machen, wenn du etwa Deputy werden? Gio hat einen kleinen Penis und das Gedeck. Das weiß ich, das will ich glaube ich auch nicht. Hörst du hier irgendwas? Hahaha. Eieieiei. Das kann doch nur Diego sein, oder? Ja, wie immer. Diego, was magst du? Ja. Nix, bisschen durch die Gegend reiten. Schauen nach Haus. Nach was? Nach einer Haus. Nach einer Haus? Äh... Wo ich machen kann, kleine Ranch alleine mit Schlemmendern. Bei uns ist ein Haus frei in der Nähe. Ja, du hast viele Häuser bei dir frei. Hehehe. No, da ist eins frei, kannst du kaufen. Dann bist du unser Nachbar. Ist das eine kleine Ranch noch? Das kann ich nicht sagen, weiß ich da nicht. Ja, da, 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 da. Brauchst du eine Ranch? Okay. Und ich dachte, ihr habt schon eine Ranch. Na, sehr, aber ich will mich da so ein bisschen abkapseln von. Du willst deine eigene? Mhm. Ah. Weniger Stress. Verstanden, verstanden. Mit wie vielen Leuten? Mal gucken. Okay. Verstehe. Und dann... Nimm unsere alte. Was haben sie jetzt getan, ja? Warum so auf einmal die schiebige Kleidung? So viel Dollar habe ich gerade noch nicht, weißt du. Du musst deine Kutsche nur verkaufen. Ja, die kostet 5.000 nur. Kostet nur 5.000? Sehe, ich glaube schon. Aha. Aber soll? Sö, ich müsste noch mal nachgucken, weil ich glaube es waren nur 5.000. Okay, verstehe. Der hätte eine Beratung gebraucht, ja. Ja, der Meissner braucht auf jeden Fall eine Kleidungsberatung. Oh mein Gott. Hallo, bist du auf die Schuhe? Hab ich doch angesprochen? Das fängt ja schon mal mit der Krawatte an, mit den Schuhen oder mit einem Hemd denkst du an. Meissner? 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 Du siehst aus wie Renick West damals Presswurst. Was? Nee. Nee. Gar nicht. Also die habe ich ganze Zeit zu angestellt. Na gut, die Schuhe hätten andere sein können, aber. Ja, Alter, da ist ein, ja und der Köthel hätte anders sein können, die Krawatte hätte weggemusst. Wieso ohne Krawatte lieber? Meissner, du siehst aus als wärst du von die andere Ufer. Das stimmt doch gar nicht. Ich dachte, das ist offensichtlich, deswegen habe ich nicht angesprochen. Wer bist du denn von der Uferwein? Also die weißen Stiefel, ne? Die sehen richtig gefährlich aus, ey. Aber richtig. Du bist Y with MCA. Hä, wer ist Y with MCA? Weiß ich noch nicht. Okay. Ich versuche gerade was zu erfinden. Lass mich. Hat das so funktioniert, würde ich mal, glaube ich, sagen. Das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Das wäre, glaube ich, eine der Dürfe von Sacken, was du gesagt hast. Aber Django und ich haben extra was er für dich in Planung sieht. Oh, jetzt kommt's. Na sehr. So nette Tabletten, damit er über dir auch wieder was steht. Oh mein Gott. Tabletten. Ah, seh. Oder, äh, wie nennt man das? Doch. Oder vielleicht auch zu trinken. Mal gucken, ne? Hauptsache da steht was. Und was soll ich damit machen? Ja, das, was jeder, aber man damit macht. Oh Gott. Ah, ja. Ich glaube, er hat's nicht verstanden, tatsächlich. Damit der kleine Mulder wieder steht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie kommst du langsam so langsam in die Alter, weißt du? Denk gut an dein Muld. Das ist neidisch auch die Anaconda von mir, oder? Die Anaconda? Ja. Ja, das ist ja schon geil. Also ich frag mich überhaupt. Kannst du überhaupt bewerten, wie groß seid ihr überhaupt? Das hast du schon mal gesehen heimlich in der Nacht? Jetzt weiß ich's. Schlupfschildkröte. Das ist interessant. Das weiß ich, was die alle heimlich in der Nacht machen. Die kommt nur raus, wenn's Essen gibt. Hier, wir merken abends Kühe, ne? Ei, ei, ei. Hier sind wieder welche. Okay, das war wieder zu viel für Clementine. Sehr gut. Ah. Jetzt hier, wieder zurück zu Meisner. Auf was für Männer hinter stehst du denn? Ich bin da mal weg. Auf Wiedersehen. Vielleicht können wir was für dich organisieren. Kein Problem. Ich bin weg. Wenn er jetzt hinterher geht, ist alles gut. Ähm. Oh, herrlich. Warum gehen jetzt beide zusammen ins Bad? So, so kann man Leute, äh, vergrauben. Geht er jetzt seine Stiefel tauschen? Hoffentlich. Vielleicht kommt er jetzt mit pinken Stiefel. Giovanni, lebst du noch? Ich glaub, Giovanni ist kaputt. Ja, ich bin nicht kaputt. Was ist los? Achso. Was ist? Also, ich weiß nicht. Also, die Idee für das Medikament führen, oder? Da ist doch gar nicht mal so scheiße. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ja. Ne, vielleicht. Geht er ausprobieren. Ob er es braucht, oder nicht. Achso. Achso. Ja, Giovanni, ne? Für das nächste Mal verleih ich Kilometer Geld von euch, ne? Warum? Was her? Ich bin dreimal von eurer Range hochgefahren zu der Neuen, ne? See. Euer Lager hat erstmal hin und her sortiert. Wer hat dich da beauftragt? Wer hat dich da beauftragt? Keiner. Ich bin extra zu Neira. Neira hat gesagt, ich bin die ganze Zeit alleine am hin und her fahren, weil die da irgendwie keine Sau sich dafür verantwortet hat, anscheinend. Was? Hab ich hier geholfen. Sieh, ich mein hier die komische, wie heißt die? See. Diese Redi, die waren die ganze Zeit an der Range. Okay. Er kam nicht einmal, was die die zu fragen, um zu helfen. Die haben gesehen, was Neira da macht, see? Haben die das auch verstanden, was die macht? Sehr, haben die. Und dann hinterher, wo alles fertig war. Sollen wir euch helfen? Ah ne, jetzt braucht ihr auch nicht mehr. Oh Mann, Mami, ja. Ich weiß ja nicht, was du für Holzköpfe dir an die Wand gezogen hast, see? Ich geh das auch, ähnlich wie bei uns. Aber das sind alte Freunde, see? Hm, see. Mal gucken, wie die sich machen. Hm, see. Die eine will, glaub ich, Pferdetrainerin werden, see? See, ich hab ihr das heute ein bisschen beigebracht, die macht nur unsere Pferde auf der Range. Oh, see. Mehr soll sie nicht machen. Und Neira ist da schon ein bisschen angepiest, ne? Neira ist in letzter Zeit immer wieder auf immer was Neues angepiest, see? Und das ist tatsächlich mittlerweile bei Neira so. Sehr, weil die... Aber manchmal verstehe ich natürlich auch. Und, see, sie hat sich auch darüber aufgeregt. Sie, die Tante da reist ein, see? Und kriegt sofort den Pferdetrainer, see? Wenn die anderen sich den Scheiß erarbeiten mussten, see? Sich beweisen mussten. Sie, sie ist natürlich keine richtige Pferdetrainerin, see? Oh, see. Sie ist rein. Sie macht sozusagen nur die Range Pferde. Oh, see. Ja, vielleicht mal etwas Gespräch mit Neira suchen, see. Und darum mal ein bisschen die Wogen zu glättern. See, kann ich machen. Ich geh mal schreiben direkt. Aber ich glaube, sie ist mit Django, da ist sie eigentlich immer glücklich. Oder nicht? Eigentlich. Die beiden sind zusammen. Das weiß ich nicht, ob die zusammen sind. Das sagt Diego jetzt einfach so. Ich weiß nicht. Das sieht doch jeder Blinde mit Krützstock. Also ich bitte euch. Ja, es ist doch egal, was man sieht. Man muss es wissen. Ja, ich weiß es. Sehen tue ich auch viel. Weiß es trotzdem. Sie haben sich schon vor dir geküsst. Frag ich dir nicht. Also nein. Weil du sagst, du weißt es. Sie haben sich also noch nicht geküsst vor dir. Ja, ich weiß es aber trotzdem. Ohne dass sie sich vor dir geküsst haben. Ja, stell dir vor. Man muss nicht unbedingt vor Leute knutschen. Warum nicht? Eieieiei. Jego, willst du? Du und ich, oder wie? Si, warum nicht? Nein, mach das lieber mit der Hand. Mit Hans? Si, warum nicht? Wer zum Teufel ist Hans? Gucken wir... Meissner. No, danke. Ich stehe nicht so auf ihren tuntem Hintern. Si, si. Liars, du hältst dir natürlich die Ohren zu, ne? Natürlich. Ich spreche dir nur ein. Natürlich. Natürlich. Du bist gerade mal 8 Jahre alt und du bist gestorben. Liars, ich glaube das ist eine Lüge gewesen gerade, oder? Ich kann gar nicht lügen. Wie konntest du mich denn gerade hören, wenn du die Ohren zuhältst? Was denn? Ich hab dich zugehört. Si. Ach, schön. Kleiner Schlingel. Ich mag Liars, das ist ein guter Junge. Ja, so war ich auch. Ich hab gar nichts gehört. Hast nur gesehen. Nein. Daher hab ich leider auch zu viel gesehen. Ja, aber ich hab wenigstens auch gelernt. Oh, mamma mia. Si, also wie gesagt, was... Äh... Was zwischen... Howdy, howdy. Ciao, baby. Äh, was zwischen den beiden ist, kann ich nicht sagen. Ich hab das tatsächlich noch nicht, äh... rausgefunden. Also zumindest nicht... Nicht, äh... Es wurde nur nicht ausgesprochen bei uns. Oder bei mir zumindest. Dann müssen die mal mit dir reden, dann. Ja, oder die wollen nicht mit mir reden. Also darüber. Na, Si, ich mein, die sind ja auch ein bisschen... Äh... Das heißt sauer. Die sind ein bisschen traurig darüber, dass du immer nur so zwei Stunden aufwassst und, äh... nur Blödsinn machst. Und nicht auf der Ranch hilfst. Si, aber jetzt mal ganz ehrlich, Si. Wenn du nur zwei Stunden da sein kannst, dann verbringe ich da nicht meine Zeit auf der Ranch. Ich meine, jetzt vielleicht schon eher Si, weil jetzt haben wir natürlich viel Schulden. Si. Aber davor, Si, da hat... Da haben die doch einfach nur Geld... Äh... Die hatten... Die haben nur Geld im Kopf gehabt, Si. Ich muss leben. Na, Si, das mache ich auch nicht anderes. Verstehst du, was ich meine? Si, das mache ich ja auch nicht anderes, noch? Ich... Meine Mutter, ich... Vielleicht haben die das vergessen, Si, aber meine Mama hat zu mir gesagt. Lebe dein Leben, wie als wäre es der letzte Tag von deinem Leben, Si. Hm. Und willst du bitteschön an deinem letzten Tag... ...nur... ...farmen gemacht haben? Nein. Si. Also wer da Ja sagt, der ist für mich kein Mensch. Ich liege dann in meinem Stäbelbett mit Hammer und Sicher. Kein Problem. Hallo. Hallo! Hallo! Hau di hau di! Gibt ja mittlerweile eine andere... Oh la... Mal kurz gucken... War denn ein Raptor ja? Oder ist es denn hier mit integriert? Ey? Gott. Ich habe vielleicht zu viele Sachen gehört. Ich habe von mir zu viele Sachen gehört, Adam. Wo ist den Meißner hin? Der ist, der ist am Hasenuntertyp. Sehr richtig. Deswegen mal gucken. Also, die können sauer sein, wie viel die wollen sie, aber das Wort von meiner Mama ist natürlich viel wichtiger als diese stupide Strontzi. Das ist richtig. Nein, aber da darfst du dir auch nicht von deiner... Ich wurde nicht mitgenommen. Ich weiß nicht mehr, was da überhaupt los war. Ihr wurde nicht gesagt, das war total blöd. Das ist richtig. Und du entscheidest selber, wie du dein Leben führst. Wo plötzlich hier ist, die gehen feiern und waren weg. Siljas, jetzt kannst du hinhören. Leas? Ja? Hast du Zuckerrohr? Zuckerrohr? Nee. Nee, nicht Zuckerrohr. Hast du zugehört? Nee. Zuckerrohr? Jetzt hättest du zuhören dürfen. Warum? Warum ging's? Ich habe Weisheiten ausgesprochen, sieh. Ja, mach mal. Du musst dein Leben genießen, sieh. Nicht nur an Geld denken, weil Geld alleine macht mich glücklich, sieh. Ich will gar kein Geld, ich krieg immer ganze Zeit Geld, ich will gar nicht. Ich sag immer, nee, behalte das, aber ich krieg das immer. Sieh, Geld kannst du mir geben. Ach du heilige Scheiße Meissner, du siehst noch schlimmer als vorher. Nein. Nein. Ich glaube, der Meissner braucht mal, äh, Styleberatung. Ja, aber doch nicht jetzt. Warum brauchst du eine Styleberatung, der war doch gar nicht im Stall. Hä? Hilf einfach mal den armen Meissner. Wof, 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 wof. Was tut der denn da? Wofür? Wollen wir mal zur Rents gehen von uns? Wobei? Hör, da war ich schon, ich war auch schon in eurem Haus und so. Und? Fällt mir, aber zu warm. Achso, nein, das meinte ich nicht, ich meinte ob... Ich weiß, dass die da waren, aber... und vorhin gesagt, wir sollen nicht mit. Keine Ahnung. Ich weiß wohl nicht. Ich weiß nur, was hier ist, ob plötzlich hier ist, es gibt irgendeinen Heier oder irgendwas. Ich weiß, dass ihr da war, aber... ist ja der nicht, weil dann will die sagen, der soll nicht mit. Du siehst aus wie Scheiße. Ich kann ja nicht sagen, ich... Du siehst aus wie du es aussehen willst, also ist gut. Ich weiß nicht so. Was? Ja, natürlich hätte ich das gemacht, aber ich hatte dann noch was happy. Der gute Scheiße. Du brauchst direkt Shedeproofen, du kleine Memme. Ich bin keine Memme. Ich bin keine Memme. Ich hab mir gedacht, du siehst gut aus dem Amstall was zu reden. Ja, aber er sagt Scheiße. Welche alleine gewinnen wäre, also komplett alleine, ja. Dann wäre ich da hin und kommt dann. Und der lacht noch so. Ist seine Meinung dir wichtig? Sieht auf jeden Fall besser aus als das andere eben. Erzähl. Siehst du, die Dame sagt auch, du siehst sehr gut aus. Ich hab schon damit gerechnet, dass du kommst mit pinken Stiefeln. MöööööööööööööööööööööööähüööööööööG, dann muss er selber lanken. Wah-antly ´h oder só... Ich hab den mal richtig großen 38 jealous. Möööööö... Nein, das geht schon. Das ist schon okay. An gegebenenfalls war Linda da, ja aber der pensando wie das bin ich nicht. Aber der hat gar nicht viel ausgeprochen, ganz schönK something extra Poor's care hat und kein einziges Wort hat Linda gesagt wie uns. Ich hab keinen ahm, was da los ist. Also ich bin jetzt doch mal überfragt. Schon da doch... Gutes Geschmack hat. Ja, aber doch nicht mehr im Lassow. Nein, du meinst besser als daspaced. Das ist wohl das schwarze Beut, das schwarz-braune. Sieh, guter Geschmack, nur vielleicht nicht von Klamotten, aber bestimmt von Essen oder so. Danke. Sieh gerne, mein Freund. Und jetzt lass dir nicht von den anderen den Tag versauen, sieh. Geh mit deinen schönen Klamotten jetzt einfach an denen vorbei und sag, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und am besten du wirfst noch ein bisschen Matsch in seinen Mund, während er lacht, sieh. Damit er sich verschluckt. Das kann ja niemand anhören, diese Lacke. Das ist eine Lüge. Ja, das stimmt. Sieh. Also. Ist der? Wer? Ich würde das schlassen, lieber. Sieh, weil sonst macht er... Maschel und Gäppel ist da nicht so ganz begeistert. Der wer? Der wer? Maschel Gäppel. Wer ist das denn? Der neue Maschel. Der für die Sheriffs und für die Doktoren zuständig ist. Und für die ganzen Bürgern. Ist der mit der Augenklappe? Ey, ist Maschel eventuell ein guter Beruf für dich. Ja, richtig. Also der Herr mit der Augenklappe, der man hier von A nach B reitet. Nie Kängel. Also der Herr Le Klack ist jetzt... Masch? Wie Le Klack? Le Klack. Mhm. Warum Le Klack? In der Augenklappe. Ah. No, aber... Denkst du, Maschel macht Spaß? Du musst die ganze Zeit... Von A nach B reiten, Leute in den Hintern, obwohl das ganz so gut. Das hört sich voll gut an. Er geht weiter. Bewerb dich doch als Maschel. Also, warte mal, warte, stopp, stopp, stopp. Das Wort, was jetzt nach... ...Leute in den Hintern... Reden. Ah, okay, gut. Sieh, das geht. Sieh, für alles andere brauchst du so... ...Gleitzeug. Pferdesalbe oder so. Oh, no. So, Matsch, oh Gott. Sieh, aber das... Die Hör, nur die Damen. Ich wünsch sie noch drin haben. Okay. Bei Matsch wird's aber ein bisschen körnig, ne? Was? Ich glaube, das war das falsche Pferd. Bei Matsch wird's aber ein bisschen körnig. Oh, rufen wir den Sheriff, er klaut dein Pferd. Aber wir haben ihn erwischt, deswegen hat er gesagt, oh, das war's halt. Nein. Er ist doch ein ganz netter, Sieh. Sieh, wie nett ist er. Vielleicht zu nett. Aber dein Spruch war auch gut. Du hast guten Geschmack, Essengeschmack. Sieh, du musst immer das Positive sehen. Lias ist bestimmt auch groß. Lias hat wenigstens gute... Du kannst deine Ohren wieder... Sieh. Vorher auf. Ich will ein bisschen, glaube ich, anschreien. LIAAS! Ja? Du kannst sie wieder zuhören. Okay. Sheriff. Ja, bitte. Wir haben gerade einen Pferdediebstahl verhindert. Und die Lage ist geklärt und es gibt keine Verletzten und niemand ist zu Schaden gekommen. Ach so, ich wollte gerade fragen, wo die Leiche liegt. No. Wir haben uns verhindert, alles ist in Ordnung. Flüchtiger ist nicht flüchtig, sondern ist weggelaufen nach unserer... Hä? Was? Wir haben ihn gehen lassen, weil er einsichtig war. Sieh, so wollte ich sagen. Sieh. Würden Sie mir eventuell jetzt der Sheriff-Stand für Rhodes geben? Den hatte ich verloren, glaube ich. Sieh. Ja, das Problem ist... Allerhöchstens, ne? Sie sind doch Problemlöser, mein Freund. Ja, natürlich. Allerhöchstens könnte ich dich zu meinem Deputy machen. Sheriff. Nee, da müssen die anderen beiden Sheriffs auch da sein. Kein Problem. Also da muss Haratox da sein und zum Haupts müssen da sein. Und dann? Und dann könnte das, wenn überhaupt, entschieden werden... Und dass der Sheriff werde? Ja, rein theoretisch, ja. Rein praktisch wird es nicht passieren, weil du vorher noch kein Deputy warst. Sieh, aber wer ist wirklich eine Stimme von dir, mein Freund? Aber im Endeffekt entscheidet eigentlich der Marsch und... Nein, das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Sonst wäre ich doch schon lang. Ach so? Nein, Spaß. Nur, aber... Dann hat er mich angelogen mit den Sheriff-Posten. Dann hat er mir auch angeboten für Rhodes. Wie? Wer? Na, der Marsch. Welcher denn? Der mit Augenklappe. Der hat gesagt, ich suche noch Sheriff für Rhodes. Hast du Lust? Ja, so einfach wird das nicht, ne, ne. Obwohl ich mittlerweile echt guten Ruf gehabt habe. Sieh, okay, wenn ich Deputy bin, wie lange brauche ich, bis die Sheriff fährt? Also du musst Minimum so oder so vom Deputy 0 auf Deputy 1 kommen. Das ist die Ausbildungszeit. Die musst du so oder so machen. Und da wird dann entschieden, wo du die machst, ob du die hier oben in New Hadover machst, oder ob du die bei mir in New Austin machst, oder bei Amadillo. Amadillo, das ist aber okay. Solltest du auch bei 1 werden, bist du so gesehen ja erstmal im normalen Deputy-Dienst. Und wenn du dich aber gut anstellst, wäre es rein theoretisch kein Problem, dass du, wenn überhaupt, dort erstmal als Deputy-Sheriff ohne führenden Sheriff eingestellt wirst und dann irgendwann Sheriff wird. Also den normalen Weg musst du schon ein Stück weit mitgehen. Dass man irgendwie den Rang 2 oder Rang 3 überspringen kann, dass du dann als Beispiel von Rang 0 auf 1 auf 4, dass du noch normal Deputy 4 gehst, und dann langsam weiter hoch gehst, dass du da so ein oder zwei Ränge überspringst. Das ist ja nicht die Dramatik. Aber wir setzen keinen einfach so direkt auf Sheriff. Sieh, verstanden, verstanden. Sheriff so oder so nicht, muss ich dazu sagen, weil du dadurch Zugriff auf die Sheriff-Kasse hättest. Sieh, verstanden. Und du bist du mittlerweile Sheriff? Ich bin Sheriff, ja. Ah, sieh. Von welchem Bereich? So gesehen, you handover, sprich, also ich konnte mal aussuchen, ob ich Rhodes und das da unten übernehme, oder ob ich Blackwater und Strawberry übernehme. Sieh. Und ich bin nach Strawberry und Blackwater gegangen. Ah, okay. Wer ist gerade Rhodes und Son-Denise oder was? Also so gesehen gar keiner. Wir haben da gar kein Deputy, gar kein Sheriff, kein gar nichts. Aber, um es genau zu nehmen, diese Gebiete in der Form, in so einem Rhein, das gibt es nicht. Wir reiten, wenn alles an, das hat eigentlich nur noch damit was zu tun. Also ein Doktor, das ist ja immer übernommen von uns. Und von hier kommt ein normaler Deputy hin, kann der mir natürlich nicht sagen, was ich zu tun habe. Aber, wenn da unten zum Beispiel Hobbschen kommt oder Haratalks, dann haben die genauso viel zu sagen. Die Sheriff haben wirklich mittlerweile im gesamten Bundesstaat dasselbe zu sagen. Okay, verstanden. Ich weiß nicht ganz genau, ob das das Richtige für mich ist. Ja, das Problem ist ja auch, solltest du das machen, kannst du gar keinen anderen Job ausüben, ne? Sie, das ist mir schon klar, das ist mir schon... Das ist ja bei den Doktor auch das Problem, warum es keiner machen möchte. Der Pferdetrainer ist momentan einfach, wie soll ich sagen, es ist nicht so viel los. Also braucht niemand mehr richtig Pferdetraining. Ja, aber sagen wir es mal so. Naira ist doch immer noch von hier um in Wellenthalen, richtig? Sie. Du machst unten in Rose und ihr könnt doch trotzdem die Farben dem bei betreiben. Oder du siehst dir von deinen Leuten da unten ein, der das macht, dass ihr zumindest einen da unten habt, ne? Sissi, das würde ich so sagen. Ich würde das einfach abgeben, solange. Kannst du ja trotzdem Landwirt machen oder Jäger, solange. Ja, aber das will ich alles nicht. Ich brauche was Spannenderes. Das gibt ja nicht. Ja, ich sag dir ganz im Ernst, guck mal, gestern, den Einsatz, den wir hatten, da steckt eine Kutsche fest. Wow. Ohne Scheiß. Das war hier oben in der Nähe von Wellenthalen und wir sind von Rose aus. Einer ist von Wellenthalen aus dahin geritten und wir sind von Rose aus dahin geritten. Da sind die Pferde bei einer Kutsche durchgegangen und die Kutsche konnte man nicht mehr wegbewegen. Okay. Deswegen wurden wir dahin gerufen. Ja und? Verstanden. Nein, also darfst du mal sagen, das ist auch nicht so spannend. Im Moment kaum. Warum haben die auch nicht der Bier gemacht? Da gibt es so viele verschiedene Marschallberufe. Wir sind den Willen Wissen. Das ist doch deine Aufgabe. Hä? Ich habe ein großes Frage-Gleichen. Komplett. Das ist ein Medikus zuständig. Sieh, aber der bestimmt auch nicht so viel Spannendes zu tun. Das ist viel verhandeln, quatschen. Also der reiht sich auch mit Patrouille und so weiter schon relativ langweilig ist für ihn. Also der reiht sich gerade über RP-Wissen wert, dass jemand RP gemacht hat? Beide Zweige, ne? Der kümmert sich um die Doktor-Seil und um die Sterre ist. Dann haben wir rein theoretisch Paco. Der war für Gewerbung Co. Aber das ist ja jetzt alles über die Post. Aber das bin ich froh. Deswegen bin ich froh, dass ich vor ein paar Tagen, als wir da alleine da an dem Fluss waren, die Scherres nicht gerufen hätten. Die hätten mich so fertig gemacht, glaube ich. Was mir einfallen würde, weil ich mich verlaufen habe, dich zu rufen. Genau darum habe ich es nicht getan, weil ich genau das wusste, dass dann solche Antworten kommen. Dass dann solche Typen hingehen und erzählen, ja, ich muss dir einem Jungen helfen. Das ist RP, ja, das ist eure Aufgabe, ja. Uff, aber wenn ich froh, den Nicht-Geruften sagen. Warum? Werd ich da froh. Uff, dann wird er jetzt den Mund zerreißen, dass ich Hilfe geholt habe, weil ich mich verlaufen hatte. Uff, er hat zwar keinen Namen genannt, aber das geht doch trotzdem nicht. Ich kann ja nicht gerade über RP beschweren, also... Ich kann ja nicht sagen, wer das ist. So, das ist ja eine Kritik, die ist ja gefühlt an den Haaren herbeigerissen. Nee, wer sagt nicht, ich bin ein Arschloch. Ja, und ich sag dir jetzt, ja, das kann ich dir nicht sagen, der will nicht, dass ich seinen Namen nenne. Da kann man nichts mit anfangen. So, und wir haben oft genug versucht, zwischen Bischof und Meisner irgendwie, dass die Gespräche führen. Und das führt ja nur zu Granit. Ne, von daher muss ich sagen, du musst dir vorstellen, Bischof ist heute zum Meister hingegangen und hat ihm das so gesagt. Ja, es kommen Beschwerde rein. Ja, wer beschwert sie? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ja, hey, dann gebe ich da nichts drauf, ne. Deswegen, ich war... Da hat er wieder recht. Weil er absolut inkompetent ist, er hätte was Behandlung mitgerichtet. Ja, aber guck mal, das muss er auch gesagt kriegen. Also, guck mal, du sagst mir das jetzt, dann zähle ich auch, oder dann nehme ich diese Beschwerden, sag ich mal, ernst. Weißt du, wie ich das meine? Aber wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ja, einer hat sich da beschwert, aber du sagst mir nicht da, ja, dann nehme ich das auch nicht ernst. Na, aber wenn da Hand und Fuß hinter ist und das wird sich halt morgen komplett rauskristallisieren, dann ist das Fakt, man hört immer nur, dass alle Ärzte, die da waren, damals auch noch Frau Hunter, alle gegen Meister sind, aber wenn man Frau Hunter selber fragt, ja, ich finde nur, dass das eine schlecht läuft, der Rest macht da gut. So, hä? Und vorher hieß es ja, alle Ärzte sind dafür, dass Meister weg soll. Und dann, wenn du die Ärzte eins spielst, sagst du, nee. Da hat er wieder recht. Dann haben sie wohl Angst, irgendwas zu sagen. Und dann kannst du da natürlich nicht drauf zählen. Und deswegen, morgen haben sie ein großes Gespräch. Alle Ärzte, die nicht da sind, und das ist schon lange angekündigt, alle Ärzte, die nicht da sind, ohne sich vernünftig abzumelden. Deren Meinung wird sowieso kein Glaube mehr geschenkt. Ja, und dann wird morgen sehen, was passiert. Vielleicht ist Meister weg. Vielleicht ist dann nur der Bishop weg. Vielleicht sind sie danach auch beste Freunde. Sieh, aber siehst du, diese Gespräche langweilen mich auch schon. Ich will nichts mit Mediziner zu tun haben. Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht geht es morgen gar keine Ärzte mehr. Was ist mit Immobilien? Denkst du, das macht Spaß? Ja, aber das Problem ist ja, ich glaube, das gibt es ja in der Form so nicht mehr. Das gibt es auch nicht. Okay, weil ich... Ja, das ist ja jetzt alles über den Postweg. Okay, ich dachte, es gibt eine Marshall für Immobilien. So habe ich verstanden. Ja, das war ja der Paco immer. No, ich glaube, dass jetzt eine gibt es nur für Immobilien. Und dann habe ich das falsch gelesen. Weiß ich nicht genau. Dann dürfte das Gustav sein, gehe ich von aus. Weil ich wüsste nicht, dass wir außer Gamble einen neuen Marshall haben. Forrest Sherman ist weg, das weiß ich. Und wir haben, glaube ich, drei Marshalls gesehen. Das ist Paco, das ist der Gustav und das ist Gamble. Okay, wie gesagt, ich dachte, es gibt verschiedene Berufszweige von Marshalls momentan. Also wenn du... Sheriff, das ist ja auch immer situationsabhängig. Also heute, seitdem ich da bin, ist nicht eine Brieftaube reingekommen. Nicht eine. Aber es gibt halt Tage, da kommen ohne Ende rein. Guck dir den Tag an, wo du halt als Geisel genommen wurdest. Sieh, natürlich. So, und sagen wir es mal so, wenn du wirklich Interesse hast, das vernünftig aufzuziehen, dann rede einmal mit Gamble darüber. Sheriff meinst du? Genau. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Ich brauche was, wo ich viel unter Menschen bin, viele Gespräche führen muss und vielleicht auch irgendwie ein bisschen spannend ist für mein Leben. Sie haben sowieso die Regel, du wirst nicht mehr irgendwie so wie das damals der Hopkins, den wir hier hatten, der stand nur oben am Büro hier in Wellenthalen und hat sich am Pfosten angelehnt und sowas gibt es nicht mehr. Du reitest halt wirklich deine Gebiete ab, auch übergreifend und du sprichst mit den Leuten. Wie gesagt, wir waren ja auch heute erst mal Hobbs und meine Wenigkeit unten bei euch, dann kam ja sogar noch... Bei Sheriff gibt es sowieso ein grundlegendes Problem. Welches? Äh, ich trage meine Lieblingsfarbe blau in der Regel immer. Ja, ist doch egal. Solltest du Sheriff in Rhodes wählen, kannst du dich anziehen, wie du willst, weil du der Sheriff bist. Du hast es doch zu entscheiden. Das Einzige, was ist, höchstwahrscheinlich dein Mantel wird nicht funktionieren, weil darunter die Marke nicht sichtbar ist. Sieh, das ist ja okay. Hauptsache blau. Du kannst so machen. Wenn, also wie gesagt, weil ich jetzt schon von New Orson bin, sprich Blackwater Weltall, ich könnte auch nicht rein theoretisch pink anziehen. Sieh, verstanden. Da bist du ja frei. Wenn du jetzt zu mir kommen würdest, dann müsstest du die Kleidung tragen, die ich habe. Wenn du zu Hobbs kommst, bist du an der Augenblick. Das ist wohl eigentlich noch da drin. Das ist wohl der Schlafung krank. Ja, gut, wo. Weil der ist eigentlich hier rein. Also ich glaube, der ist schlafen. Oder nehmt ihr jetzt seit 2 Stunden Partier? Da wäre die Lose. Oh, leider. Woher? Hm? Hat sich von hinten rausgeschlitten. Na gut. Ja, aber ich, weil ich, also ich kann die eine Seite, ich kann die andere Seite verstehen, von denen, was die da, äh, nicht beschweren, ja. Ich kann die eine Seite verstehen, klar. Aber andererseits, das mit, ja, das ist aber deren Aufgabe. Wenn ein Kutschhof oben fällt, warum sollte man denn eine Scherz rufen? Ich meine, die waren dafür damals auch zuständig. Ich, es ist halt, keine Ahnung, klar ist das langweiliges AP, aber es ist immer ein anderes AP, als wenn ich nur zur Notrufung geholt werde, wo geschossen wird, also... Da stehlt den Sinn dahinter nicht, sich darüber dann zu beschweren. Klar, das war für ihn jetzt ein Beispiel, zu sagen, dass er nicht so spannend ist. Aber der macht es doch spannend daraus. Also, Uelthau macht es doch einfach dann spannend. Ich meine, das gehört zu dem Beruf dazu. Da kannst du nicht sagen, die eine Seite ist mir zu langweilig und das nicht als Beispiel dann dafür. Ich finde das, ich finde das schwierig, weiß ja nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Aber das, aber ich, das Beispiel jetzt gut fand. Weil das ist halt einfach das AP, was man hier auf Red Dead Manage schon hat. Also, ähm, dann geht's halt auch mal um Kutschen. Und wenn es halt nur darum geht, dass man die Kutsche irgendwie, keine Ahnung, vom AP her einfach wegschiebt, muss er doch nicht mal eine Funktion haben. Darum geht's doch nicht mal. Es muss ja nicht eine Funktion geben, schieb die Kutsche weg. Selbst wenn DV nicht funktioniert, also das Entfernen der Kutsche. Selbst wenn das nicht funktioniert, kann man doch trotzdem vom AP her sagen, jetzt packen wir alle mal an, schieben die Kutsche durch die Seite und das war's. Hätte man ein AP gehabt, alle wären zufrieden gewesen, fertig. Als sie es so gemacht haben, war ich nicht, ich war nicht dabei. Aber das heißt als Beispiel zu nehmen, dass man halt auch, dass man solch langweilige Sachen bekommt, ja. Hm. Das finde ich halt schwierig. Das AP zu bewerten. Ich mag, ich mag es nicht, wenn Leute das so RP bewerten. Die Leute, die da eine Kutsche festgegangen haben, haben sich dabei was gedacht, die wollten einen AP haben, dann macht das der AP doch einfach. Also, wo ist denn das Problem? Also. Nö, das sind APs, aber Narko-APs, aber. Da hat man sich doch nicht dann am Ende bei anderen darüber zu beschweren, dass man nichts äh. Zu tun hatte. Aber genau deswegen. Wir haben es ja gestern, wo war denn das hier, wo bei der Leder Krieggräber, hat man es ja komplett verlaufen. Beziehungsweise kam er nicht mehr weg, weil es erleblich war hier überall. Wir haben ja nichts mehr gesehen hier in dem Bereich. Eigentlich hätte ich da vom Hardcore-RP-Gedanken, hätte ich da den Ferro-Sucher rufen müssen oder der PC, oder wer auch immer dann da kommt. Vollkommen egal. Aber wenn ich jetzt höre, dass die sich dann darüber beschweren, äh, und sich den Mund so zu, darüber zerreißen, dass man solches AP sucht, das macht mich dann schon wieder ein bisschen, weiß ich nicht, traurig. Weil ich mir dann denke, ja, wenn ich jetzt AP mache mit denen, stehen die morgen wieder hier und zerreißen sich über mich, ihren Mund, weil sie AP hatten. Weil jemand versucht hat, mit denen AP zu machen. Ich finde das schwierig. Er hätte, er hätte das alles erzählen müssen. Er hätte erzählen müssen, wir konnten gestern da jemandem mit einem Kutschenunterfall helfen. Das wäre die AP-Story, die er hätte erzählen müssen. Finde ich zumindest, meine persönliche Meinung. Er hätte erzählen müssen, da hat man gestern, ähm, mit einem Kutschenunfall, wo wir hingerufen, da mussten wir da ein bisschen helfen, dies und das, aber dies bewerten, ja, das war, das war ein langweiliges AP. Das, dieses Bewertungsding, nee, das ist halt definitiv schon, ich mein, das, das finde ich schwierig, das finde ich verdammt schwierig, das so auszudrücken. Er hätte das positiv bewerten müssen, sozusagen. Weil ich, als Spieler selbst, mache mir jetzt wieder Gedanken, ob ich beim nächsten Mal überhaupt einen Sherry rufe, wenn ich mal irgendwas AP-Technisches machen möchte, weil ich mir immer jetzt denken muss, der erzählt anderen das morgen weiter, wenn wir Pech haben, erzähle er sogar den Namen weiter und dann hast du sofort wieder Gerüchte, da kommt wieder kein RP, darum geht's am Ende, dieses, daher, daher kommen dann die Gerüchte wieder, dass die, dass die, dass die, dann heißt es wieder, die Medics machen keinen RP, jetzt heißt es, sie machen keinen RP. Weil wenn jetzt wirklich ein Hardcore-RP-Spieler dabei gewesen wäre, bei dem spiel ich jetzt, würde der morgen allen anderen, was er IC ja auch gehört hat, erzählen, die Deputives haben einfach keinen Bock, ihre Arbeit zu machen, das würde morgen erzählt, das wäre die Konsequenz jetzt aus diesem RP, was er erzählt hat, weil die sich zu feilen sind, beim Kutschen-Unfall zu helfen, das wäre morgen die Story, die als Gerücht, wenn jetzt wirklich ein Hardcore-Spieler hier wäre, erzählt werden würde. Und dann haben wir wieder das nächste Gerücht, dann heißt es wieder die Shadows und die RP, die und so weiter machen ihre Arbeit nicht. Man muss ja auch mal die Konsequenz aus, das, das fehlt mir halt hier noch komplett bei den Spielern leider, die Konsequenz aus dem, was sie sagen, dass immer alles bewertet werden muss, alles muss immer negativ sein, das stört mich so extrem momentan, also wirklich komplett. Warum sind hier Kojoten? Das stört mich mal, also in diesem Fall stört mich das komplett, das würde bei Loony Loop oder sowas es nicht geben. Ist einfach so. Ich hab die letzten Tage ja da mal mit Leuten gesprochen und auch ins Thema geguckt und so, das würde es halt nicht geben, es würde halt immer das RP, was geschehen ist, wieder ausgespielt werden und immer positiv bewertet werden. Heißt, dann hätten die gesagt, ja, also hören wir zu, wir hatten gestern da als Beispiel so einen Kutschenunfall, da haben sich ein paar Personen vielleicht noch verletzt, haben vielleicht noch Medik gerufen, haben die Kutsche aus dem Weg geschoben und ja, hatten gestern einen schönen Einsatz. Das wäre das RP gewesen, was man erwartet hätte müssen. Ist meine Meinung, kann man es anders sehen, aber dieses komische Negativ bewerten, alles, egal welches RP man hier macht, wird immer als negativ bewertet am Ende. Und deswegen finde ich das absolut schwierig, weil ich mir als OC-Spieler wieder denken muss, nächstes Mal, wenn er irgendwie wieder verirren oder sonst wird, ruft er nicht her los, oder nicht. Weil ich mir immer das denken muss, der Typ wird morgen erzählen, jemand war zu blöd, den Weg zu finden. als Beispiel. Und das ist halt wieder absolut Quatsch. Dieses... Bäh. Nee. Nee. Das ist halt so schade, weil dann nimmt man sich komplett das RP weg. Komplett. Ich finde das immer so schade, dass die Leute immer, egal welches RP man hier machen möchte, immer sofort anfangen zu bewerten. Warum? Und nehmen wir momentan ja die Beziehung zwischen Elias und Linda momentan, da passiert ja wirklich gar nichts. Wir kriegen ja noch nicht mal Hallo gesagt von ihr momentan. Gut, dann reagiere ich aber als Elias darauf, mit meinem EC-Charakter und erzähle das nicht jedem rum, äh, Linda redet nicht mehr mit mir, was ist denn da los? Klar, muss Elias das irgendwann machen. Elias muss irgendwann anfangen, dann mal Betty rein oder sonst zu ihm anzusprechen, nachzufragen, was denn da los ist. Weil sie hat ihn adoptiert und spricht jetzt nicht mehr mit ihm seit 5 Tagen. Also, ähm... Klar, Eva muss ich vom Hardcore-RP-Gedanten das natürlich machen. Darum machen wir aber auch teilweise auch die Reisen und so weiter. Alleine, momentan, weil... Wenn da kein RP von denen mehr kommt, muss Elias einfach von seiner Hintergrundstory dann alleine losziehen. Es geht nicht anders. Ich kann nicht stundelang da warten und so tun, als ob da nichts passiert. Geht nicht. Komplett nicht. Das würde zu Elias RP nicht passen. Darum, wenn heute Betty nicht da gewesen wäre und sie hätte keinen Bock gehabt auf RP, weil sie da irgendwie... Ich weiß nicht, haben sie Streit, ich weiß nicht, mit Clementine hat. Wären wir auch heute losgeritten. Hä? Wären wir wieder geangelt oder sonst was gemacht? Oder wären wir dann noch rot zu Sascha oder so? Klar. Auf jeden Fall. Aber das ist halt auch immer das, was sich auch extrem momentan auf den Server stört, dass die Leute nicht über die Konsequenzen nachdenken, was sie sagen und tun. Das ist halt, was mich momentan extrem stört. Weil man kann einfach keine Story aufbauen, weil die Leute einfach irgendwas sagen und am Ende heißt es ja gar nicht so gemeint. Ja, aber ich muss es ja trotzdem aufspielen. Das ist ja das Problem. Wir sind auf einem Hardcore-RP-Server. Alles, was als Antwort kommt oder als Reaktion kommt, muss ich mit einer Gegenreaktion immer reagieren. Und man kann auf dem Hardcore-RP-Server nicht sagen, ich bin mal eben fünf Tage weg, bleib mal allein hier auf dem Hof. Wie soll Lias das machen? Das macht keinen Sinn. Für ihn ist Beziehungsaufbau momentan extrem wichtig. Er ist seit, keine Ahnung, fünf Wochen da auf dem Hof. Und wenn die natürlich dann auch immer sagen, wir sind immer fünf, weil wir keinen Bock mehr auf die Farm haben, fünf Tage weg. Wie soll ich Lias dann aufspielen? Sagt es mir. Ich kann ja nicht an Lias anders aufspielen, als dann zu sagen, ja gut, dann verlasse ich den Hof halt und mache eigene Sachen. Wie auch immer. Oder schlafe jetzt wieder woanders. Oder wie auch immer. Machen wir jetzt gerade ja wieder. Wir sind ja wieder nicht zu Farm, sondern übernachten halt hier wieder. Das ist halt immer das, was mich extrem stört teilweise, dass die Leute einfach nicht über Konsequenzen nachdenken. Linda hat gesagt, sie würde ihn adoptieren. Ist ihr anscheinend jetzt gerade zu viel Arbeit oder seht private Probleme? Ich weiß es nicht, was da alles hinter steckt. Keine Ahnung. Aber ich kann mit Lias ja erst nicht hingehen, weil die Beziehung zu Linda noch nie so aufgebaut wurde. Weil es da nie so intensive Gespräche gab wie mit Betty, die ja permanent irgendwie seine Gefühlswelt wissen möchte. Was ich total gut finde von Betty, dass sie das macht. Aber das kann man von Linda nicht. Deswegen ist immer die Beziehungsarbeit gerade zu Linda natürlich noch schwieriger geworden, wenn sie gar nicht mehr mit ihm spricht. Also... Naja. Aber das ist halt das, was mich momentan stört, so ein bisschen. Die Konsequenzen aus dem Handeln, mit denen immer erwartet, ja, spielt es einfach nicht aus. Doch, müssen wir. Das ist ein Hardcore-RP-Server. Wir müssen alles ausspielen, was passiert. Muss man. Also ich kann Lias nicht über 5 Tage lang so tun, als ob die nicht da gewesen wären, also ob die da gewesen wären, obwohl sie sie nicht waren, und dann sagen nach 5 Tagen, ja, äh, alles gut. Wie soll ich das machen? Das ist Hardcore-RP. Und die anderen bekommt es ja mit. Er bekommt ja ein Andrew mit, bekommt ja ein Diego mit, ein Bettje, dass da momentan die Beziehung nicht funktioniert. Bekommt die ja mit. Ich kann ja nicht sagen, äh, nö, ist ja nicht so. Kann ich nicht tun. Das wäre aber ein Fehler-RP. Weil es passiert ja. Also... Und heute Abend ja genauso. Auf einmal hieß es, die gehen feiern. Ich habe, ich habe... Ich war den ganzen gesamten Tag heute mit denen unterwegs. Da hieß es kein einziges Mal, dass die heute nach Roles gehen. Kein einziges Mal. Also, ähm... Auf einmal hieß es 20 Uhr, ich wach auf, da hieß es, die gehen feiern. Hä? Ja, wir waren heute nur 5 Stunden lang zusammen. Hätte man vielleicht auch mal erwähnen können, dass da irgendwas passiert heute Abend. Das ist halt extrem schwierig auf diesem Server. Dass immer erwartet wird, dass die Konsequenz aus dem Handeln nicht passiert. Das ist extrem schwierig. Oder fände ich extrem schwierig. Na gut. Das war das Wort zum Sonntag. Ähm... Genau. Wenn noch irgendwas sein sollt, äh... Ich lass noch mal ein bisschen den Chat auf. Und ich weiß nicht, ob ich gleich noch mal draufgehe. Ich glaube nicht. Eigentlich glaub, momentan sind zu wenig da. Oder? Ja, wir schauen gleich mal. Ich glaube nicht. Gut. Ähm... Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwer noch haben können. Ist irgendwer live? Irgendwer in Farbe? Und wie gesagt, ich bin dafür einfach zu viel zu sehr Hardcore-RP-Spieler, als dass ich das dann ignorieren könnte vom RP her. Weil es macht einfach einfach keinen Sinn. Also... Ich weiß nicht, warum wir das momentan so ausspielen. Ich hab keine Ahnung. Ist deren Entscheidung. Ich werde das so akzeptieren und so weiterspielen. Das bringt mir ja nichts. Mit Lias. Also... Ist deren Entscheidung. Ich bin da vollkommen, äh... Vollkommen neutral. Wenn sie das so ausspielen, werde ich natürlich dann die dementsprechend Konsequenzen draus ziehen und, äh... Dementsprechend halt wieder... Entweder wieder alleine unterwegs sein oder wie auch immer. Werden wir dann sehen. Aber dieses ignoriert werden von... Einfach von äh... Leuten dann... Nee, das ist nicht... Das ist nicht meine Welt. Da ist mir dann meine Zeit auch einfach zu schade für, ehrlich gesagt. Also... Ich meine, wenn man nicht mit mir sprechen möchte, ist das ja vollkommen okay. Kann man in der RP machen. Dann ist aber auch die Konsequenz daraus, dass wir halt dementsprechend, äh... Uns da zurückziehen. Ist einfach, äh... Ist dann einfach so. Jut. Ich sage danke und, äh... Sage bis morgen. Äh... Jo. Mal gucken, was passiert. Vielleicht haben morgen gar keine Ärzte mehr, wenn es so weitergeht. Ich habe die Befürchtung, morgen wird es so weit sein. Aber deswegen habe ich auch Thomas gesagt, äh... Werde ich nicht mehr aktiv spielen, weil... Ich bin morgens nur ein, zwei, drei Stunden da. Mach ich auch nicht mehr live, weil es mir nichts bringt. Mir bringt dieses RP absolut gar nichts mehr. Und im Forum werden ja alle... Alle Vorschläge, die wir machen, komplett ignoriert. Zu den Medics. Bzw. wird erst gar nicht diskutiert, sondern einfach überlesen. Also... Ich bin ja überfragt bei den Medics. Ich habe da auch keine Lust mehr drauf, weil... Mir bringt das RP nichts mehr. Absolut nicht. Na gut, dann, äh... Ja... Oh, die Tram-EM findet wieder in Leipzig statt. Wandern. Tram-EM am... In... Lasten in sieben Wochen. Wir wandern. Ein... Was? Ach, einen Tag ist der Mai. 2022. Warte, ich gebe euch immer den Link. Müsst ihr euch unbedingt mal bei, äh... angucken. Das ist echt ein tolles Event. Wird auch hoffentlich wieder bei Facebook und bei, äh... YouTube übertragen live. Aber ich denke schon, klar. Warum nicht? Wie jedes Jahr. Ist ein tolles Event. Einfach, die fahren Straßenbahn, machen da verschiedene Übungen mit. Geht, glaube ich, sieben, acht Stunden oder so. Beim nächsten Mal. Also... Lohnt sich. Gut. Jetzt aber Schluss. Feierabend. Adieu. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.